Ja, vor dem Auftauchen der zweiten Scientists for Future 2 und ihrer neuen echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL und ihrer korrigierten und komplettierten genetisch-memetischen Evolutionsbiologie und ihrer memetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik dachten wir, dass der Neoliberalismus ein Krieg der Reichen gegen die Armen wäre. Weit gefehlt. Er ist genau das Gegenteil. Er ist ein Krieg gegen die Reichen und zwischen den Reichen. Ja, denn wir haben damals noch nicht begriffen, ja, früher noch nicht begriffen, dass sozusagen hier, jetzt stellen wir uns erst einmal ein Milliardärskönig vor. Zum Beispiel Warren Buffett ist ja bekannt, dass er also auch sozusagen Großaktien hält von Teilen der Lebensmittelindustrie. Ja, jetzt stellen wir uns vor, Warren Buffett ist also jetzt Milliardärskönig in der Welt, einer von über 2000 Milliardären und sozusagen, was passiert jetzt? Was macht jetzt diese Ernährungsindustrie mit den anderen 2000 Milliardären? Welchen Krieg führt sie dagegen? Ja, die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, also dieser Neoliberalismus, den er so verherrlicht, führt eben dazu, dass Folgendes passiert. Hier ist ein Händler, der sagt, also ich bin, ich prüfe alles hunderttausendmal nach. Ich werde nie irgendein Lebensmittel auf den Markt bringen oder in meinen Supermarktketten verkaufen, dass nicht jahrzehntelang darauf geprüft ist, ob es nicht möglicherweise wirklich den Menschen schadet und die Gesundheit zerstört und so weiter und so weiter. Und dabei kommt er dann eben zum Schluss wahrscheinlich, dass eben nur naturbelassene Früchte, Obst und so weiter, Früchte, Gemüse, Wildkräuter, Nüsse, ganz wenige Hülsenfrüchte und vielleicht ein paar Haferflocken und so weiter, dass eigentlich alles andere ungesund ist. Gut. Und der andere Händler, der sagt, nein, das ist total gesund, der ist wirklich überzeugt davon, er glaubt seine Irrtümer, er ist überzeugt, nein, Glyphosat, Pestizide, Fungizide, dann Fertiggerichte mit zu viel Salz, Zucker, Süßstoffen, Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Hefeextrakt, was auch immer, alles nur rein damit, das macht das Ganze nur richtig gesünder. Das braucht der Mensch sozusagen. Und dadurch passiert Folgendes. Diese Produkte, diese Chemie-Cocktails sind tausendmal billiger herzustellen als das, was er hier herstellt. Er kann also sozusagen viel günstigere Preise anbieten, kann preislich sozusagen den hier unterbieten. Die Leute kaufen ihm massenhaft sein Zeug ab und sie fallen ja auch nicht gleich tot um, wenn sie im Laden reinbeißen. Und so giftig sind ja die Sachen nicht, sondern die sind natürlich nur so giftig, dass sie über Jahre hinweg Krankheiten erzeugen. Oder denken wir dran, Süßigkeiten, also eine süße, reife Frucht zum Beispiel, lässt nicht sofort die Zähne verfaulen. Aber wenn wir jetzt nach Süßigkeiten zum Beispiel die Zähne monatelang nicht putzen würden, dann würden die schon innerhalb weniger Wochen schon vor sich hin faulen und eitern und so weiter und schwarz werden und so weiter. Ja, also das heißt also, die Schädlichkeit geht über Monate, Jahre und Jahrzehnte und vergiftet also alle anderen Milliardärskönige sozusagen. Ja, und dieser macht dadurch, dass die Sachen, dass er die so viel billiger anbieten kann und dann eben verbreitet. Ja, seine Irrtümer natürlich verbreitet, also jeder Händler im Neoliberalismus hat immer Möglichkeiten, dass seine Gedankenwelt sozusagen wie ein Nebel nach außen sich bewegt. Also wenn er glaubt, dass seine Produkte gesund sind, dann wird er diesen Glauben, der wird durchsickern über seine Werbefirmen, über seine Marketingfirmen. Er wird Einzug in die Zeitschriften halten, weil sozusagen ja jeder Redakteur sozusagen, also es wird zu Evolutionsprozessen kommen, dass eben er in Zeitschriften inseriert. Und dann wird es Journalisten geben, die seiner Meinung sind und diese Produkte auch alle für gesund halten sozusagen. Die werden Artikel schreiben über den Theater mit dem, was für ein Schwachsinn mit dieser ganzen Bio-Geschichte und mit der ganzen Früchte und Gemüse und so weiter. Nein, dass diese Produkte sind genauso gesund oder vielleicht sogar noch gesünder und so weiter. Ja, und wenn jetzt so eine Zeitschrift, wenn da ein Journalist ist, der eben irgendwie kritisch über seine Produkte schreibt, dann wird entweder seine Firma kaputt gehen oder er zieht die Werbegelder ab aus dieser Zeitschrift, dann geht die Zeitschrift kaputt und der Journalist verliert so seinen Job oder der Journalist wird entlassen oder was auch immer. Es gibt immer Möglichkeiten, aber am Ende ist immer so, dass sozusagen nur Unternehmen hier, nur Handelsbetriebe übrig bleiben, die selber an die Gesundheit ihrer Produkte glauben, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Und die auch natürlich über ihre Werbemilliarden sozusagen die gesamte Gesellschaft, alle Köpfe der Gesellschaft am Ende besiedeln mit ihren Irrtumsmemen, also mit ihren Viren des Geistes sozusagen. Die werden am Ende beim letzten Bürger ankommen und bei dem letzten Bürger wird die Behauptung ankommen, dass diese Produkte doch gesünder seien als die naturbelassenen dieses Konkurrenten. Und dadurch kann er viele Kinder ernähren, kann eine ganze Handelsdynastie begründen und die heutigen Handelsdynastien sind also voll von diesen über Generationen tradierten Irrtümern sozusagen. Und der hier wird sein, nach drei Generationen schließt der Urenkel den Laden und dann ist vorbei, also Sohn oder Tochter, Enkelin, Urenkelin und hier steppt der Laden dann aus und sie müssen sich eine andere Beschäftigung suchen gehen, pleite. Ja, und das bedeutet jetzt für unseren einzelnen, für den Milliardärskönig, also Warren Buffett, ja, der beteiligt ist an der Lebensmittelindustrie, bedeutet das finanzielle Zugewinne, ja, aber für alle anderen, die nicht an der Lebens, allem anderen Milliardärskönige, vielleicht sind das 1500 Milliardärskönige, die nicht beteiligt sind an der Lebensmittelindustrie, bedeutet das finanzielle Verluste. Warum? Erstmal finanzielle Verluste und zweitens, sie werden vergiftet, denn wie gesagt, dadurch, dass sich ja die Ideenwelt, die Irrtümer dieser Handelsdynastie in die gesamte Gesellschaft ausbreiten und diese Virusmeme, diese Viren des Geistes sich sozusagen in alle Köpfe ausbreiten und genauso schnell infizieren, wie die Coronaviren durch die ganze Welt selbstverständlich ganz schnell gehen und am Ende jeden kontaktiert haben, auch wenn er nicht davon schwer krank geworden ist, aber jeder wird kontaktiert mit diesen Viren des Geistes, ja. Und dadurch ist sozusagen gar kein Wissen mehr vorhanden, denn seitdem ja dieser Laden geschlossen ist, sozusagen, ist auch das Know-how über gesunde Ernährung in der Gesellschaft quasi großenteils weg und zu allergrößten Teilen verschwunden. Und dann können auch die anderen Milliardärskönige jetzt machen, was sie wollen, ja. Sie kriegen gar kein gesundes Essen mehr. Also ich habe selbst einen Fernsehbericht gesehen bei Phoenix, wo Warren Buffett eben auch nur den ganzen krankmachenden Industrie Sondermüll gegessen hat und so weiter. Also krebserzeugende Nahrung zu sich genommen hat, obwohl er schon an Krebs leidet, ne. Oder schon krebsbetroffener ist, ja. Also das heißt sozusagen, und warum schädigt jetzt der eine Milliardärskönige nicht nur gesundheitlich die anderen Milliardärskönige, sondern auch finanziell sogar, ja. Ja, wir müssen uns ganz klar machen, ja. Also gehen wir nochmal auf unser Bild zurück. Ja, also ein Krieg aller Milliardärskönige gegen alle sozusagen. Es bedeutet eben auch, was passiert denn mit den Arbeitnehmern? Also hier, das ist jetzt einer von den anderen 2000 Milliardärskönigen, der beschäftigt vielleicht in der Automobilindustrie, sind dann da vielleicht ganz viele Arbeitnehmer tätig. Aber diese Arbeitnehmer werden chronisch krank gemacht durch den Warren Buffett, durch dessen Ernährungsindustrie sozusagen. Und dadurch sinkt die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und Unternehmen ab, was man noch gar nicht gemessen hat. Das sind wahrscheinlich unzähligste zig Milliarden an Euro jedes Jahr. Das heißt also, die Leistungsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit, der Erfindungsreichtum, alles schwindet. Die Fehlerhäufigkeit steigt an bei kränklichen Leuten, die zwar noch zur Arbeit geben, aber leistungsgemindert sind. Wir haben jedes Jahr in der deutschen Wirtschaft circa 118 Milliarden Totalverlust durch Krankheit im Unternehmen, Krankenausfallzeiten und ähnliches, ja. Und ja, das heißt, das summiert sich auf riesige Summen. Und die verlieren die anderen 2000 Milliardärskönige und Warren Buffett ist derjenige, der verdient an diesen Lebensmittelimperien sozusagen, ja. Und das ist ein Krieg aller gegen alle, ja. Und das ist ja noch viel mehr. Es ist ja nicht nur das Geld und die Gesundheit, die ruiniert werden in diesem Krieg zwischen den Milliardärskönigen. Übrigens natürlich, dieser Krieg trifft natürlich auch den Ärmsten der Welt. Also jeder ist natürlich von diesem Krieg betroffen, ja. Aber entscheidend ist es, dass es eben auch die Milliardärskönige sind. Deswegen natürlich immer die Aufforderung hier mit den Milliardärskönigen zusammenzuarbeiten. Sondern das Ganze gilt ja gleichermaßen auch fürs Gesundheitssystem, ja. Also wieder hier mal ganz kurz gucken. Hier zum Beispiel der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes sagt ja ganz richtig, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Warum? Na, ist doch ganz einfach. Na, wo bist du denn? Da ist es der Schamane, der sozusagen hier, der Vorläufer des heutigen Arztes, der also sozusagen alle seine Kunden so gut berät, dass er ihnen einen gesunden Lebensstil empfiehlt und sie deswegen ihn nie wieder brauchen, der muss irgendwann, wird sein Laden geschlossen sozusagen. Und derjenige, der sich total irrt, also totale Irrtümer hat, die aus den Menschen chronisch Kranke, Dauerkranke, Dauerkunden machen, Dauergeldquellen machen, die er immer wieder neu abrechnen kann, wo er immer wieder neu Geld verdienen kann, der kann viele Kinder ernähren und daraus entsteht ein ganzes Medizinprofessoren-Imperium, das dann die ganzen jungen Leute lauter, mit lauter Irrtümern unterrichtet, die alle dazu führen, dass letztendlich sozusagen die gesamte Medizinindustrie alle krank macht. Dadurch stirbt das Wissen um ein gesundes Leben aus und auch die Milliardärskönige können sich ja nur beraten lassen von Ärzten, die alle voll von diesen krankmachenden Irrtümern sind. Und deswegen wurde ja auch Michael Jackson von einem Arzt quasi getötet, weil der wirklich seine Irrtümer geglaubt hat, nämlich gedacht hat, dass man so relativ leichtfertig mit solchen Medikamenten umgehen kann und so. Und ja, und dann war Michael Jackson eben doch tot. Und ja, aber so ist es halt und so geschieht das jeden Tag überall. Das heißt also, alle werden wir getötet. Und auch die Milliardärskönige können machen, was sie wollen. Sie können jetzt Milliarden ausgeben, sie werden immer nur auf Ärzte treffen, die sich irren. Und deswegen wurden ja die zweiten Scientists for Future 2 gegründet, damit eben wir endlich sozusagen, ja, wo ist es, hier, damit wir das Problem lösen. Und jetzt zum Beispiel hier die Anfangsfrage ist ja schon mal so eine Schlüsselfrage, über die man nachdenken kann, den die zweiten Scientists for Future 2 haben, natürlich ganz viele Techniken starten, reformieren zu können. Aber das Prinzip aller Bemühungen wird deutlich an der Idee der Wohlfühlnotenwahlstimme oder Wohlfühlstimme. Kann die wirklich die ganze Welt revolutionieren? Was würde die Wohlfühlstimme für einen Riesengewinn für die Milliardärskönige bedeuten? Das würde bedeuten, dass hier der Händler, also der Arzt, der sich irrt und alle Leute chronisch krank macht, in Dauerpatienten verwandelt, der würde ja keine Verdienstzuschläge mehr bekommen. Er wäre auf dem Markt sozusagen der Letzte in den Ranglisten, weil die Wohlfühlnoten seiner Kunden sich ja nicht positiv entwickeln, sondern schlecht entwickeln und auch die Zahl der Krankenhausoperationen und deren Gesamtkostenvolumen zunimmt und so weiter. Also würde dieser hier an diese Stelle rücken und würde nach und nach aussterben. Die Irrtumsträger sterben aus. Die werden sich wahrscheinlich noch nicht mal von ihren Irrtümern überzeugen lassen. Ein Großteil der Ärzte wird umlernen können, aber die, die sich nicht überzeugen lassen, sondern einfach bei ihrer alten Denke, Irrtumsdenke bleiben, die werden eben irgendwann, ihre Praxis wird eben irgendwann schließen müssen, weil einfach kein Geld mehr da ist. Und all die, die sozusagen Wahrheiten über Gesundheit und Krankheit und so weiter dann neu erforschen und völlig neu in der Lage werden und von den zweiten Scientists for Future 2 sich kostenlos unterrichten lassen, über Fernsehsendungen, Videosendungen und so weiter und all, was ja jetzt auch schon überall in den 300, über 370 Videos ist, ja ist ja schon ganz viel Unterricht drin, aber das würde natürlich noch detailliert werden, eine Nahrungszubereitung würde als Video dann im Fernsehen gezeigt werden und so weiter, mit den Professoren zusammen und so weiter, wie man sich gesund ernährt und so weiter. Ja, dann würde also auch der Lebensmittelhändler, der vorher alle vergiftet hat und chronisch krank gemacht hat, schleichend krank gemacht hat, schleichend unterschwellig vergiftet hat sozusagen, und warum muss er eigentlich die Leute schleichend vergiften? Ja, weil sozusagen, wenn er jetzt die Leute weniger schleichend vergiftet, also hier haben wir einen, der vergiftet die Leute etwas weniger schleichend und der vergiftet die Leute etwas mehr schleichend in der freien Marktwirtschaft, überlebt immer mehr in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, überlebt immer wirtschaftlich der, der die Leute etwas mehr vergiftet, denn die Kunden können ja nicht beurteilen, ob sie jetzt durch den krank geworden sind oder durch den, also es spielt überhaupt keine Rolle, jeder steht unter dem Wettbewerbszwang, mit den billigsten Rohstoffen auszukommen und die billigsten Rohstoffe passen immer weniger zum Genbestand der Menschen und dadurch erzeugen die nach und nach und ganz schleichend das Kranksein der Menschheit. Und deswegen sterben wir ja alle, anstatt mit 127 sterben wir alle schon mit 80, mit 87 spätestens und werden alle auch schon mit 47 chronisch krank, weil das sind genügend Jahre, um uns alle chronisch krank gemacht zu haben. Ja, das heißt also, diese Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten würden jetzt dem Milliardärskönig die Möglichkeit geben, die Schädigung durch die über 2000 andere Milliardäre nicht mehr erleiden zu müssen, weil quasi dieses neue System dafür sorgt, dass es diese Schädigung unter diesem Krieg zwischen den Milliardärskönigen und gegen die Milliardärskönige nicht mehr gibt, sondern weil alle sozusagen sich gezwungen wären, sich gegenseitig maximalen Nutzen zuzufügen. Und das würde bedeuten, die Milliardärskönige, die also ja der einzige Vorteil an dem Ganzen, sozusagen an dem Neoliberalismus, war ja für die Milliardärskönige, dass sie wenigstens die Reichsten waren. Ja, das war der einzige Vorteil. Aber der Nachteil, dass sie alle riesige Glücksverluste, Gesundheitsverluste und Langlebigkeitsverluste in Kauf nehmen mussten, das ist eben das Dilemma. Und warum entstand eigentlich Glücksverlust? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich mache es nochmal so einfach wie möglich, nach 370 Videos, die sozusagen, obwohl man die anderen 370 Videos unbedingt alle schauen muss, wenn man das richtig verstehen will, muss man alles lesen und alles schauen, weil das ist ein, wir müssen uns als Staatsbürger quasi völlig neu bilden. Ja, sonst hat man eben gar keine Allgemeinbildung. Und ja, es ist einfach so, hier ist der Händler, der keinerlei Ideen entwickelt, die unser Lebensglück zerstören. Und hier ist der Händler, der selbst Irrtümer denkt, die Lebensglück zerstören. Ich habe das schon tausendmal als Beispiel gemacht, zum Beispiel die Ablehnung des Körperkontaktes. Ja, ist ja eklig, dieses viele Geschwuse und das ewige Stillen der Mütter von den Kindern und so weiter. Und all dieses Küssen und Schmusen und Sex und so wieder erwärte ich ekelhaft und so weiter. Also wer solche Mentalitäten hat, diese Mentalität, und der führt dazu, dass die Kundenschaft also unglücklich und verklemmt wird. Dadurch verkauft er mehr und aus ihm erwächst ein ganzes Familienhandelsimperium sozusagen. Und der wird aussterben, weil er nicht genügend wird verkaufen können. Und das bedeutet also derjenige, der in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall im Neoliberalismus, wer also Ideen hat und Gedankensysteme, Viren des Geistes hat, die Lebensglück zerstören, wird immer mehr Konsumsüchtige generieren als der andere. Und diese Konsumsüchtigen werden süchtig werden nach seinen Produkten und kaufsüchtig werden, konsumsüchtig. Also wer mehr Glück zerstört, der hat verdient mehr. Also werden auch eben von den Aktionären, die in diesem Bereich beteiligt sind, werden alle anderen Milliardärskönige wiederum geschädigt in der Lebensqualität. Das heißt also, der Neoliberalismus ist also bezogen auf die Reichen, also auf die Milliardärskönige, ein Glücksräuber, ein Gesundheitsräuber, ein Langlebigkeitsräuber und auch noch ein Friedensräuber. Wobei, dazu muss ich sagen, das ist etwas, was die Reichen, ich glaube, dass jeder Reiche die Möglichkeit hat, sich zu entfernen aus Kriegsgebieten oder aus Kriegsrisikogebieten rechtzeitig und so weiter. Also Kriege betreffen, glaube ich, nur die ärmeren Leute. Aber sozusagen, es ist leider dann eben so, liebe Milliardärskönige, wenn wir also jetzt den Neoliberalismus beenden mithilfe der zweiten Scientist for Future 2, ist es halt dann so, dass nicht nur ihr davon profitiert, sondern auch alle anderen Menschen. Denn wir können schlecht ein System machen, in dem wir sozusagen einerseits eine Medizin haben, quasi, die völlig separat forscht von der anderen Medizin. Und die eine ist gesundheitsförderlich und die andere ist krankheitsförderlich. Dafür müsstet ihr euch eigentlich eine gesamte zweite Welt aufbauen, in der diese, das wird nicht gehen. Am Ende wird es nur eine Welt geben und entweder die gesamte Medizinforschung forscht für eure Gesundheit oder sie forscht für den Verkauf an möglichst vielen Operationen und Behandlungen an euch, wofür ihr dann natürlich möglichst chronisch krank werden müsst. Ja, das ist ja die unbewusste Logik der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Ja, so, das heißt also, ja, also dieser Krieg aller gegen alle unterhalb der Milliardärskönige, den sollten wir beenden, zusammen mit den zweiten Scientists for Future 2. Ja, ich lese gerade nochmal hier, was steht denn hier so? Also, ja, das heißt, und die Wohlfühl, wo ist es? Die Wohlfühlstimme würde die ganze Welt revolutionieren. Die Schlüsselfrage ist eigentlich, lieber Zuhörer und lieber Milliardär und lieber Armer dieser Welt, wollen Sie wirklich ohne Stimme bleiben, lieber Milliardärskönig, wollen Sie wirklich und lieber Armer dieser Welt, wollen Sie wirklich in der Welt ohne Stimme bleiben, wollen Sie ohne eine eigene Stimme bleiben gegen die anderen 2000 Milliardärskönige, die alles tun, um ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihr Lebensglück zu zerstören und es schon die ganze Zeit getan haben, ja, damit Sie auf Ihre Kosten mehr Gewinn machen und wollen Sie weiter so spielen, dass Sie das Lebensglück der anderen 2000 Milliardärskönige weiterhin zerstören, damit Sie mehr Gewinn machen, ja, ist das wirklich der richtige Weg und lieber Armster der Welt, ja, wollen Sie wirklich Ihre ganze Zukunft ohne Stimme bleiben? Also ich frage mich, wie kann man nicht sofort Hurra schreiben, wenn man als Mensch endlich eine Stimme bekommen sollte? Ja, wir leben in einer Welt, wo wir keine Stimme haben. Ich meine, das mit den Wahlstimmen und den Parteien, das kann alles so bleiben, wie es ist, aber jeder merkt doch mittlerweile, dass wir da gar keine Stimme haben, sondern dass das einfach, wir leben nach wie vor in einer Welt, in der viele Könige unsere Geschicke bestimmen und alles andere sind doch alles nur Illusionen, ja, sozusagen, dass alle, liebe Milliardärskönige, Sie würden zum ersten Mal mit der Wohlfühlstimme eine Stimme bekommen, die sich schützt vor den anderen 2000 Milliardärskönigen und lieber Ärmster der Welt, Sie würden zum ersten Mal eine Stimme bekommen, die sich schützt vor den Irrtümern, alle sozusagen Milliardärskönige oder deren, den Irrtümern der zugehörigen Konzerne und so weiter, von denen diese Milliardärskönige Großaktionäre sind zum Beispiel oder wie auch immer, oder eben auch direkte Eigentümer sind. Ja, also das heißt, wie kann man so etwas, bitte schreiben Sie in die Kommentare, aber sachlich, alles Unsachliche wird ja grundsätzlich wahrscheinlich von den Sendern, die unsere Videos dankenswerterweise veröffentlichen, immer sofort gelöscht, also sozusagen, ja, also diese Sender machen das ganz ordentlich, die prüfen jeden Kommentar und lassen also keine Beleidigungen und so ein Unfug zu, ja, aber wie kann jetzt, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Rechtsradikaler, ja, wie kann ich denn, die so massenhaft, also diese Rechtsradikalen, die so massenhaft im Internet vertreten sind, wie kann ich dagegen sein, selber eine eigene Stimme zu bekommen, eine eigene Stimme, womit ich sozusagen alle anderen in der Welt dazu zwinge, aufzuhören, mir zu schaden und womit ich die anderen alle zwinge, mein Lebensglück zu steigern, meine Gesundheit zu steigern und meine Langlebigkeit zu steigern, also wie kann ich das, wie kann ich, also man muss doch eigentlich totaler Masochist sein, wenn man so etwas ablehnt, ja, ja, also liebe Milliardärskönige und liebe Sonstigen, ja, für uns, für die Menschheit, die einzige Chance zum echten Glück, ne, also der Ausstieg aus dem Kapitalismus, Ausstieg aus dem Neoliberalismus, Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, Ausstieg aus der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, alles die gleiche, gleiche, der gleiche Mist sozusagen, alles die gleichen Irrwege, Ja, ja, das heißt, lasst uns den Krieg aller gegen alle, aller Milliardärskönige, gegen alle Milliardärskönige, lasst uns den Krieg aller gegen alle, dieses Bild ist natürlich beenden, das ist, dieses Bild ist natürlich ein bisschen falsch, denn natürlich durch diesen Krieg aller gegen alle, werden die Luxusappartements der Milliardärskönige natürlich nicht in Brand gesteckt und zerbombt und so weiter, das natürlich nicht, aber ihre Lebensqualität, diese Häuser stehen für Lebensqualität, Langlebigkeit und Gesundheit und die wird zerbombt durch den Krieg aller Milliardärskönige, gegen alle Milliardärskönige und dabei werden natürlich auch alle Armen mit geschädigt und so weiter, denn das hört ja nicht auf sozusagen. Ja, lasst uns all dieses, diese Katastrophe endlich beenden. So, ja, so viel zu diesem Video, gleich geht es weiter im nächsten Video. Tschüssi!